Man kann vereinfachend sagen, hier vorne aus dem Gewehr kommt eine Kugel heraus, die vielleicht einen Feind tötet, eine Armee besiegt, das feindliche Land erobert. Diese Mündung ist also die eventuelle Profitquelle an einem Gewehr. Hier kommt bei jedem Schuss eine Hülse heraus und fällt zu Boden, egal ob die Kugel trifft oder nicht und nach zehn Jahren noch ist der Boden braun von Rost und ist somit eine sichere Profitquelle. Sichere Profitquelle, eventuelle Profitquelle. Das also ist ein Gewehr. Das ist ein Gewehr. Vielen Dank.